Zweites Spiel bei der WM, diesmal in Niederlage. Der erste Satz gegen die Brasilianerinnen lief gut. Was war dann im zweiten Anlass, dass es am Ende nicht gereicht hat? Also die Brasilianerinnen sind auf jeden Fall sehr gut mit ihren Aufschlägen reingekommen und haben Gas gegeben und haben es uns auf jeden Fall schwer gemacht und wir haben es uns nicht leicht gemacht mit unserem anderen Zuspiel. Und das war auf jeden Fall der Hauptgrund, wo sie uns unter Druck gesetzt haben und wir konnten sie halt nicht mehr so unter Druck setzen wie im ersten Satz mit Aufschlägen vor allem. Und ja, das war der Hauptgrund. Und der Sieg im ersten Spiel hat er gepusht fürs Zweite? Definitiv sind wir gut ins Turnier gekommen und haben das auch mitgenommen, haben wir auch im ersten Satz natürlich gezeigt. Das hat wieder mal Spaß gebracht mit diesem Publikum hier am Sonntagabend zusammen zu spielen und definitiv freuen wir uns auf mehr und auf ganz viel Support. Das kommt auf jeden Fall an und pusht uns nochmal.